Dich holen wir als erstes, dann dich als nächstes. Boah, guter Start, guter Start, darf ich's nur nicht verbocken. Und hier ein Dropshot und ein Longshot. Uuuuh, Killer! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Game-Mode auf dem Hive-Server. Und zwar handelt es sich wieder um Arcade, wie ihr hier schon in der Lobby erkennen könnt. Allerdings diesmal kein Hide and Seek, sondern One in the Chamber. Das Ganze ist etwas wie Black Ops 2 oder halt allgemein Call of Duty. Ich weiß nicht, ob es nur in Black Ops gibt ein Minispiel. Und zwar hat man eine im Lauf, wie sie eben heißt, One in the Chamber. Bedeutet man hat einen Bogen mit einem Pfeil, dieser macht jedes Mal One-Hit. Und wenn man jemanden tötet, kriegt man einen weiteren Pfeil. Man hat allerdings auch ein Holzschwert und mit diesem Holzschwert kann man die Leute auch töten. Es ist aber bedeutend schwieriger, weil das keinen One-Hit macht, sondern einfach nur den Damage eines normalen Holzschwerts. So, wir sind hier auf der Map Autumn. Das ist die Herbstmap, es ist alles in diesen neuen Clay-Blöcken gebaut. Und ja, wir kriegen jetzt gleich unseren Bogen, unser Holzschwert. Redstone sind unsere Leben. Wir haben vier Leben, bevor wir draußen sind. Ah, der war knapp. Schade. Ich gehe da nicht hoch, weil der kann mich da gut wegholen. Ich hole mir anstattdessen den Typen hier, wenn ich den jetzt gleich von der Seite kriege. What the fuck? Übrigens, Pfeilschaden ist hier ausgeschaltet. Ah, schade. Der wäre schön gewesen, wenn ich da noch schnell abgedrückt hätte. Ah, den habe ich erwischt. Und den auch. Da oben war noch einer, aber der ist jetzt weg. Der ist AFK. Holen wir uns. Ja, der war knapp. Der hat noch einen Bogen, in seinem Fall. Aber einen zweiten hat er nicht. Haben wir. Jetzt sind wir aber low life. Ah, schade. Ja, der hat uns ziemlich sicher, wir hatten zu wenig Leben. Wir haben noch zwei Leben. Ist eigentlich noch ganz anständig. Den haben wir uns geholt. Den haben wir uns auch geholt. Der war leider von einem Spectator geblockt, so wie ich das gerade gesehen habe. What the fuck? Ich konnte den gerade nicht schlagen. Oh, jetzt aber. Haben wir. Ah, da kam ich von der Seite noch. Aber den habe ich noch gekriegt. Passt ja. Oh, schade. Haben wir. Ah, fuck. Hoffentlich kriegt der uns jetzt nicht direkt. Oh, der hat noch einen. Hat er noch eine zweite im Lauf gehabt. Wenn wir hier rauflaufen, müssen wir aufpassen. Wir haben auch nur noch ein Leben. Ich warte jetzt, glaube ich, ein bisschen. Bis ich ein paar noch eliminieren. Ich will ja hier schließlich gewinnen. Übrigens, dieser Counter in der Mitte, dann ist das Spiel beendet. Oder eine Deathmatch. Ich weiß es nicht. So weit bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. Also so lange ging das Game noch nicht. Du hast wahrscheinlich einen Pfeil. Ja, denke ich mir. Okay. Wie machen wir das? Bin gerade mal überlegen. Der hat ja einen Pfeil. Wer lebt denn jetzt noch? Fünf Players Remain. Da unten ist noch einer. Er wird wahrscheinlich auch einen Pfeil haben. Oh, habe ich erwischt. Passt. Dann machen wir uns wieder nach da oben auf, weil dort ist eine gute Position. Hinter dem Wasserfall. Mal hoffen, dass wir jetzt keinen reingedrückt bekommen. Aber es sieht gut aus. Da unten ist einer. Drei Leute leben noch. Ah, der war scheiße. Ah, fuck. Der hat uns erwischt. Ja gut, dann war es das mit der Runde. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Da spiele ich dann wahrscheinlich die andere Map, die es noch gibt. Ähm, jo. Dann bis gleich. So, herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier in einer anderen Map. Und zwar ist das Portal. Wahrscheinlich das Portal 2 oder Portal 1. Was auch immer. Habe ich nie gespielt, aber... Sieht cool aus. Und lässt sich hier gut spielen. Fuck. Der war schlecht. Der hat noch einen Pfeil. Alter, der hat doch Rainshack an. Boah, war das gut. Obwohl meine Maus da gerade irgendwie komisch rumgespastet hat. Der ist auch weg. Ich glaube, hier ist eine gute Position. Hier kann man bleiben. Lol. Der hat gesessen. Willst du mich trollen? Da unten ist Dema. Und ein anderer. Ah, fuck. Boah, die Runde ist gut. Ah, lol. Da hat er viel gekrittet. Du, mein Freund. Gehst erst mal baden. Ah, der war kacke. Deiner aber auch, mein Freund. Deiner war aber auch kacke. Da will ich nicht hinterherlaufen, weil da kann man ins Woid fallen. Ja, schlag mich mit dem Bogen. Gute Idee. Gute Idee. Oh, lol. What the fuck? Wieso konnte ich den nicht schlagen? Diese Bugs gehen mir manchmal richtig auf die Nerven. Boah, bist du scheiße, Junge. Und down. Na, der war aber auch schlecht. Boah, da hat er mich noch erwischt. Fuck. Das war schlecht von mir. Nein. Und dann spawn ich da. Na, das ist doch behindert. Die Runde war echt gut am Anfang. Da habe ich echt abgeräumt. Aber naja, schade. Na gut, jetzt werde ich noch ein paar andere... Also, jetzt werde ich die zwei Maps hier noch ein bisschen durchrollen, sodass wir 15 Minuten erreichen. Also, sehen wir uns dann gleich in der nächsten Runde. Ciao. Herzlich willkommen zurück in der nächsten Runde. Wir spielen wieder auf Portal. Davon ist schon einer. Boah, bin ich schlecht. Boah, bin ich schlecht. Ne. Gibt es nicht. Den haben wir mal gut gekriegt. Du stirbst auch noch. Ah, schade. Hätten wir den da hinten noch erwischt, das wäre gut gewesen. Mal hinter dir, Kollege. Fuck. Ah, das ist gay so in der Ecke. Hätte ich besser aufpassen sollen. Bei der erwischt, sehr gut. Boah, der war gut. Ein richtiger Quickshot. Wo kamst denn du her? Wo kamst denn du her? Von da hinten? Weg. Oh, Killer. Ah, schade. Hätte ich den noch erwischt. Sehr gut geworden. So richtig gut. So, da hinten spielt die Action, wie es aussieht. Da geht die Party ab. Der war schlecht. Boah, war das knapp. Boah, der war schön. Zeit abzuhauen. Boah, der wurde erschossen. Von wo? Egal. Soll mich nicht kümmern. Wo laufe ich hin, ist die Frage. Ich laufe mal hier nach rechts, glaube ich. Da geht gerade einer hoch. Muss kurz regenerieren eigentlich. Aber ich glaube, das reicht schon. So wie ich jetzt rumlaufe. Oh. Du triffst mich nicht. Ne, du wirst von hinten abgeschossen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Boah, fuck. Das ist richtig behindert. Bei dem Spiel kann man sich halt einfach in die Ecke stellen. Ah, ich war schon draußen. Ah, es war schon vorbei. Ah, okay. Ich bin zweiter geworden. Der Typ hat gewonnen. Naja, schade. Aber dann sehen wir uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde. Wir spielen hier wieder auf Auton. Und, äh, jo. Mehr gibt es ja eigentlich nichts zu sagen. Das finde ich schön. Da muss man nie so eine große Ansage machen oder irgendwas. Der leckt. Na, auf den schieße ich nicht, der leckt. Aber auf mich schießt wer. Ah, der war scheiße. Ah, der war noch schlechter, dass ich da so hochgelaufen bin. Fuck. Gerade kacke ich ab. Auf dem Weg bin ich aber allgemein nicht so gut wie auf der anderen. Muss ich zugeben. Ah, den habe ich erwischt. Sehr gut. Muss ich jetzt gucken, wo gehe ich hin? Da unten ist einer. Vielleicht einen schönen... Oh ja, der war gut. Weggekombot und... Dann vielleicht... Erwischt und... Nein, nicht nochmal. Schade. Aber nochmal wäre er ja auch gleich so schön gewesen. Ah, den hat er schön gemacht. Muss ich ihm lassen, die Credits dazu. Oh, der leckt. Na toll, jetzt hat mich der andere gekillt. Ein Leben habe ich noch. Jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtiger sein. Schade. Schade. Muss ich echt sagen. Aber hier. Ist mit dir. Oh, du kackst hier rum. Okay. Du bist weg. Jetzt halte ich mich wieder ein bisschen hier auf. Boah, das war knapp. Das war echt knapp. Jetzt mal kurz... Kann ich da eigentlich hochschwimmen? Ja, ne? Gibt es denn da oben, ist die Frage. Ein Dragon Egg. Will haben. Kann ich jetzt eigentlich warten? Ich kann die auch sneaken. Ne, dann werde ich runtergetrieben. Schade. Der wäre richtig gut gewesen. Vielleicht kann ich mir den Typ da hinten aber holen. Der ist jetzt low life. Boah, der hat mich in der Luft erwischt. Scheiße. Ja, okay, dann war es das mit der Runde. Mal wieder. Also es geht echt schnell. Ist kurz und knackig. Aber ich muss noch ein bisschen üben. Mit dem einen Schuss. Mit mehreren Schüssen wird es bei mir besser gehen. Aber mit dem einen Schuss muss ich ein bisschen üben. Na gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von One Ended Chamber. Wir spielen hier wieder auf Autum. Und... Dich holen wir als erstes. Dann dich als nächstes. Boah. Guter Start. Guter Start. Jetzt habe ich es nur nicht verbocken. Und hier ein Dropshot. Und ein Longshot. Oh, ich geh lach. Richtig nice. Dann können wir nachher wieder ein Dropshot machen. Ah, schade. Geht halt beide auf mich. Geht halt beide auf mich. Oh, da hinten kam auch noch einer. Was ist das denn? Immer alle auf mich. Was habe ich denn getan? Loll. Geht halt alle auf mich. Verpisst euch. What the fuck. Alter. Wie wirklich alle auf mich gehen. Richtig heftig. Hm, chill ich hier wieder? Tschüss. Tschüss. Du hast keinen Pfeil mehr. Du hast geschossen. Nein, hast du nicht. Verdammt. Jetzt hast du geschossen. Er hat wieder einen bekommen. Verflucht. Verreckt. Du hast keinen Pfeil mehr. Mein Kill. Drecksau. So. Muss hier hoch. Und dann umdrehen. Da ist keiner. Sehr gut. Ja, ja. Verpiss dich. Geh bloß weg. Das ist mein Pfeil. Den gebe ich nicht auf. Noch zwei. Dann drei Leben habe ich noch. Oder nein, zwei habe ich noch. Zwei habe ich noch. Stimmt doch, oder? Ja, zwei habe ich noch. Genau. Weil eine Eins kann da ja schlecht stehen. Na, mein Kollege, wie viele Pfeile hast du denn, die du hier verballern willst? Hier oben triffst du mich schwer. Ich rede nur auch gerade Leben. Wie viele Leben noch? Sieben. Nein, Moment. Sechs, sechs Players are left. Was steht da drunter? Ja, wieder sechs Players are left. Five Players remain. Ja, das ist doch mal was. Noob ist tot. Ich weiß nicht, wie das Spawnsystem hier läuft. Also, ob die in der Nähe spawnen, wo sie gestorben sind. Oder ob die einfach irgendwie random spawnen. Mir kommt es so vor, als wäre das in der Nähe jedes Mal. Ach. Da hinten ist der Typ wieder. Alter, wieso schlagt der dauernden Pfeil bei mir an? Das blügt mich an. Da, ihr zwei bettelt euch mal. Habt ihr recht. Ich laufe jetzt aber auch mal hin. Ich kann ja dann den anderen absahnen. Und der war schlecht, mein Freund. Der war zu kurz. Wow, der ist tot. Da hinten kommt der andere. Dann gehe ich jetzt wieder hier hoch. Und Dreck leben. Da war aber noch zwei Lives. Das ist gut. Und der ist gerade gestorben. Wo ist der andere jetzt? Da hinten. Dann gehe ich hier hoch. Lol, der hat mich da erwischt. Willst du mich verarschen? Ah, schade. Der war zu kurz. Der hat mich aber da gut erwischt oben. Da muss ich ihm Respekt dazu sagen. Ich gehe da sicher nicht auf deinen Berg hoch. Du hast einen Fall. Kann ich eigentlich droppen? Ne, kann ich nicht. Das schadet denn die immer aus. Das ist wahrscheinlich auch eine Game Rule oder sowas. Ich weiß, dass du einen Pfeil hast. Komm du doch zu mir. Ja. Ich weiß, dass du einen Pfeil hast. Lol. Ja, da hat er mich gut erwischt. Fuck. Schade. Egal. Dann sehen wir uns gleich. Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von One in the Chamber. Wir spielen wieder Portal. Ne, da hole ich mir keinen direkt am Anfang. Ist nicht so gut da. Vielleicht hier hinten? WTF, der Typ leckt ja noch schlimmer als irgendjemand. Lol, Alter, wie der geleckt hat. Richtig krass. Wie, ich hab den Kill nicht bekommen, willst du mich verarschen? Wieso krieg ich denn keine Kills? Ich will Pfeile haben. Alter, ohne Scheiß, ich glaub ich gar keinen einzigen Kill von denen jetzt bekommen. Richtig komisch. Wieso krieg ich denn keine Pfeile? Alter. Ich denk die ganze Zeit, ich hab einen Pfeil. Müsste ich ja eigentlich bekommen haben. So. Alter, wieso krieg ich denn keine Pfeile? Das macht mich richtig fertig. Was ist das denn? Haben wir das jetzt auf einmal von der einen Runde auf die andere deaktiviert, dass man Pfeile bekommt, wenn man einen Kill macht, oder was? Richtig seltsam. Richtig seltsam. Komm mal eh nirgends hoch. Wieder keine Pfeile bekommen. repetitionieren. WTF. Den Kampf verliere ich. Nein, hab ich jetzt sogar gewonnen. Sehr gut. Aber ich hab immer noch keine Pfeile. What the fuck? Oh, da hat jemand ein Easter Egg gefunden. Geht's halt. Aber es heißt Egg und nicht Ig. Glaube ich. Geh mal weg da. Alter. Ja, ich verstehe das nicht. Wieso ich keine Pfeile bekommen habe. Ist wahrscheinlich genauso bug wie bei Hidensieg, dass man da keinen Block hat. Aber egal. Na gut. Wenn ihr mehr von diesem Game-Mod sehen wollt. Also das ist jetzt das Ende der Folge. Dann könnt ihr euch ja gerne in die Kommentare schreiben. Mir macht das eigentlich relativ viel Spaß. Es ist kurz. Es ist leicht aufzunehmen. Jo. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.